Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin's, Respawn LP von Alpha Gaming. Heute spielen wir wieder Life is Strange, wie ihr hier schon sehen könnt. Life is Strange natürlich auch im Titel. Sonst würdet ihr euch das ja definitiv nicht angucken. Aber egal, ich labere schon wieder nur Müll. Wir drücken einfach auf Fortfahren und spielen jetzt einfach einmal eine Runde Life is Strange. Und das Ganze geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Ein Riech. Das ist nicht so schön, Sauce? Totalmente erinnert mich an, als wir als Kinder waren. Komm schon, Slowpoke! Hold' rein! Ich habe nicht hier in lange Zeit gewesen. Also, warum fühle ich mich, dass ich gerade hier war? Wow. Das ist der gleiche Weg, wo ich auf dem Tag in meinem Nachtmärchen war. Das ist genau der Weg, in dem wir waren, als wir von diesem Gewitter mit diesem Strudel überrascht wurden, wie es sich herausgestellt hatte. War es nur ein Traum? Ich habe meine Nachricht bekommen. Erdan Max, hier ist dein weißer Ritter Warren. Du hast dir bestimmt Sorgen um mich gemacht. Ich schulde dir was. Danke für alles. Ich rufe nachher an. Okay, ich schwöre es. No problem. Und du musst mir dein großes Geheimnis verraten. K.E.K. Was auch immer das bedeutet, aber das Bild sieht sehr schön aus mit dem Pfeilchen. Da hat er endlich mal was zu lachen. Das freut ihn bestimmt. So. Lagerfeuer können wir uns anschauen. Dort sitzt Chloe ganz einsam auf ihrer Bank und wir setzen uns jetzt einfach mal dazu. Ich bin sicher, dass du nicht alleine bist? Ich bin ein Geheimnis, Pete. Genghisheh, nicht mehr von Genghisheh. Zum Glück habe ich ihn fotografiert, vielleicht bringt uns ja doch noch was, dass wir nur das Foto gemacht haben. Mal schauen. Ich weiß diesen Blick, du peigst. Also? Dish the dirt. Snuff videos? Creepy Fotos von Kate Marsh, anderen Blackwall-Students. Dieser Mann nimmt seine Arbeit zu sehr ernst, er immer denkt er ist in Krieg oder so. Er ist ein totales Fettigungsverfahren. Vorher gibt es spycams in der Haus. Ich wusste, dass du nicht wissen. Chloe, deine Haus ist unter Fettigungsverfahren. Was bist du? Es gibt Kameras all over der Haus. Ich habe sie auf einem Monitor in der Garage gesehen. Ich wusste es. Er ist so hella fucking paranoid. Ich werde das ein secret für jetzt. Manchmal ist die Ignoranz ein Blitz. Kein Wunder, dass ich so schrecklich bin. Jeder in dieser Stadt kennt jeder's secret. Hm. Was ist Nathan's secret? Er ist ein Elitierer Mann, der schwebt schwebt mit Blackstift. Und er hat mich mit einem Drogen in seinem Leben. Was? Was? Ich habe ihn in einer schweizenden Bar, die mir nicht schwebt. Er war zu rich für den Ort und zu verabschieden. Er war zu viel Geld für den Ort und zu verabschieden. Er hat mich einfach zu erzählen, Chloe. Jetzt. Ich war ein Idiot. Ich dachte, er war so blazed, es wäre eine einfache. Du brauchst so viel Geld? Ja. Ich schweb viel Geld. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen. Was? Wie viel hast du? 3,000 Euro plus Interesse. Und bevor ich einen Teil von Nathan bekam, er hat mich mit einiges Arzt verdient. Gott, Chloe. Ich kann nicht überwürfen. Ich meine, ich mache. Dann was? I know I passed out on the floor. I woke up and that curve was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a limb. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it wasn't safe. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met him in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathans last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Why is this happening to me? Why am I here again? They should visit Chloe. They are still there? I have to find out. Chloe is still up there? I have to find out. Da ist das Reh, wir folgen ihm einfach einmal, dieses Reh was sehr gut animiert ist, also man kann durchgucken, und wieder zum Sturm, oh mein lord, der Tornado ist zurück, oh shit, ja es stürmt, wir lesen erstmal eine Zeitung, oh mein Gott, der Tornado ist nach der Stadt, oh mein Gott, das ist echt, es ist echt, oh mein Gott, das ist echt, Max, was ist passiert? Oh mein Gott, was ist passiert? Ich habe nicht, ich hatte eine andere Vision, die Stadt wird durch ein Tornado geöffnet werden, Oregon bekommt über 5 Tornado every 20 Jahre, du bist so, Oh, nein, nein, ich habe es gesehen, ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft, okay? Komm schon, schau mal, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt, aber es ist etwas anderes, ich muss dir sagen, etwas... ...Hardcore... Talk to me, Max. Ich hatte das gleiche Vision früher in der Klasse. Als ich rausgekommen habe, habe ich herausgefunden, dass ich die Zeit zurückgekehrt habe. Wie gesagt, nicht verrückt. Aber High, richtig? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. what the hell is this way. That's why. My plan is so hard. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das war's mit Life is Strange Episode 1 Das Spiel ist durch Ich hätte gedacht, das Spiel geht weiter Gerade wo es spannend wird Ist es zu Ende Und das mit dem Handy, das tut mir gerade furchtbar leid Ich wollte es nicht Ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu machen Ist ein Fehler Okay, gut Dann sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen von Life is Strange Und es hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen Episode 2 wird definitiv folgen Das war's Vier Folgen Life is Strange Länger ging es nicht Aber wir haben Erfahrung dazu gewonnen Und auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank für's Zuschauen Vielen Dank für's Zuschauen